ja moin sie youtube ist wieder mal euer Wiener von vanburg willkommen zu minecraft weihnachten part 20 wir machen uns einen schönen adventskalender auf jetzt sind es noch vier tage bis weihnachten frohe weihnachten du hast das neunzehnte türchen gefunden das zwanzigste türchen ist auf dem gleichen stock viel spaß beim suchen geht es nicht lang aus dem gemüse gott der stockwerk war hier oben ne aussieht ja da ist sie die zwanzig oh wenn man in einen kampf verwickelt ist oh hey einmal bücher mitnehmen durch da mit der hause habe ich mir hier vor auch was überlegt hier vor kommt gar nix so jetzt kommt noch ein haus zwei haus zweites haus und das dritte mehr häuser bauen wir nicht mehr dann kommen wir jetzt zum dritten letzten haus Hier hinter wo die ganzen Wege hinter geht, hinter Häuser ist auch nichts mehr. Der Weg geht einmal geradeaus durch. Hier auf dem Platz werden wir ein bisschen Deko in Klatschen. Oh nööööö. Oh nöööö. Dann gibt es halt keine Holzkante. Das reiße ich erstmal nur schnell ab. Nein, ein Kuglo muss bleiben. Dann gibt es halt keine Holzkante. Dann hier eben das Innere hinkloppen. Dann gibt es halt keine Holzkante. Sack. Hier noch die drei hoch. Hoch, hoch und hoch. Nicht da drunter, da drüber. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Technik. Feiert er nicht, was? No. No. Sack. Ey, lass mich da raus. So. Also ich freue mich auch schon mal erstmal, wenn die Häuser stehen. Zack. Dann zimmern wir noch eben das Dach da oben drüber. Dann nehmen wir mal. Was will ich denn jetzt mit dem Kürbis? Oh, mein Mann. Ja. 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 Warum stellen wir jetzt die Grotte Leichen nach Hause basteln, aber wollte ich auch mal was drin haben. Ich hasse, man darf drauf tun. Ich habe schon gesehen, ich darf ja auch wieder Ziele mit einpacken. Das soll hellgrün sein oder die Meinung des Glas. Kann auch so, da ist es hellgrün. Sonst ist es dunkelgrün. Was macht ein Schwein in mein Haus? Was macht's los? Wer kuscht dich? Wer blöde dich? Wer kuscht dich? Und nicht jetzt knacken. Wer kuscht dich? Wer kuscht dich? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das war es mit dem drittletzten Haus, zwei Häuser liegen noch vor uns, also wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, lasst ein Abo da, würde mich freuen, tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Nene von Farnblog, tschüssi!